Ausgangspunkt ist diesmal eine ganze Internetseite, die ich jedem Sprachinteressierten nur ans Herz legen kann. Es handelt sich um die sogenannte Gesellschaft zur Stärkung der Verben, die auf neutsch.org zu finden ist. Hier wird bedauert, dass es im Deutschen immer weniger starke Verben gibt. Warum heißt es ich sterbe, ich starb, ich bin gestorben, aber nicht ich erbe, ich arb, ich habe georben? Eine gute Frage. Rein formal können wir meist nicht sicher voraussagen, ob ein Verb stark oder schwach gebildet wird. Die von Jakob Grimm eingeführte Terminologie der starken und schwachen Verben ist bis heute gültig. Starke Verben haben im Präteritum einen Stammvokalwechsel, wie hier sterben, starb. Schwache Verben nicht. Um das Präteritum zu bilden, benötigen sie Hilfe von einem Suffix, nämlich die TE-Endung. Auch im Partizip 2 haben die starken Verben häufig einen Stammvokalwechsel. Immer vorhanden ist aber die EN-Endung, gestorben. Die schwachen Verben enden hier auf T, geerbt. Es gibt zwar noch einige wenige gemischte Verben wie nennen oder rennen oder auch ein paar ganz unregelmäßige wie sein, die lassen wir jetzt aber mal außen vor und tun so, als gäbe es nur die binäre Einteilung in stark und schwach. Und genau diese Einteilung durchbricht nun die Gesellschaft zur Stärkung der Verben. In einem Lexikon wird für jedes schwache Verb eine gestärkte bzw. gestorkene Variante vorgeschlagen. Hier sehen wir einige Einträge für S, beispielsweise das Verb sagen. Die neuen Stammformen lauten sagen, sug, gesagen. Die hier vorgeschlagene Alternative ist clever gewählt, denn sie orientiert sich an ähnlichen Verben wie etwa schlagen oder tragen. Auch diese werden nach dem Ablautmuster AUA gebildet. Deutschlernende können sich also bei den starken Verben zumindest an häufig vorkommenden Mustern orientieren, wobei es da dummerweise oft mehrere Alternativen und auch Ausnahmen gibt. Verben mit kurzem A weisen im Präteritum normalerweise ein langes I auf, wie es bei Lassen, Fallen und Halten der Fall ist. Dementsprechend ist der neue Vorschlag für Machen Miech, Peter Miech seine Hausaufgaben. Leben Lob geloben orientiert sich an Heben, Weben, Bewegen und Scheren. Anna lobt früher in Augsburg. Möglich wäre hier aber auch gewesen, sich an dem häufigen Muster EAE zu orientieren, wie in Geben gab gegeben. Bei Lieben lab gelaben musste man stattdessen mit dem üblichen Muster für Verben mit langem I brechen, wie es bei Biegen bog gebogen vorkommt. Anna hat Peter nie gelaben. Und manche Bildungen sind auch einfach nur Quatsch. Beispielsweise werden bei Schrumpfen die Formen Schrumpf und Geschrumpfen angegeben, den Diphtong UO gibt es aber im Standarddeutschen gar nicht. Bei Verben mit U hatte man aber auch nur einen einzigen Orientierungspunkt, denn mit Ausnahme von Rufen gibt es kein starkes Verb mit U. Aber wenden wir unseren Blick vorerst mal von diesen Sprachspielereien ab, denn auch bei unseren echten Verben stellen wir fest, dass es Variationen gibt. Tatsächlich wechseln einige Verben im Laufe der Zeit das Team und werden von starken zu schwachen Verben. Bereits abgeschlossen ist dieser Prozess beim Verb Bellen. Wir kennen es nur noch in der schwachen Form Bellen bellte gebellt. Im Mittelhochdeutschen war es tatsächlich noch stark. Bellen ball gebollen. Das hört sich für uns natürlich komisch an, entspricht aber dem Muster, das wir heute noch bei Verben wie Werfen haben. Häufig existieren aber auch Doppelformen. Ein beliebtes Beispiel ist hier das Verb Backen. Hier kann man das Präteritum sowohl stark als auch schwach bilden, Bug oder Backte. Wie ein Blick ins deutsche Referenzkorpus zeigt, hält sich Bug aber zumindest in der geschriebenen Sprache immer noch recht gut. Die Formen kommen hier ungefähr gleich oft vor. Beim Partizip 2 ist die starke Form Gebacken noch ganz klar die Dominante. Gebackt kommt kaum vor, die meisten Treffer sind aber aus den letzten Jahren. Die Konkurrenz von Bug und Backte besteht aber schon länger, wie dieses Zitat von Jakob Grimm zeigt. Fühlt man aber nicht, dass es schöner und deutscher klinge zu sagen Bug, Wob, Boll, früher noch besser Wab, Ball, als Backte webte, bellte und dass zu jener Form die Partizipia gebacken, gewoben, gebollen stimmen. Weitere Beispiele für Doppelformen sind melken, molk, gemolken bzw. melken, melkte, gemelkt oder auch gären, gor, gegoren bzw. gären, gärte, gegärt. Dieses Verb steckt auch in diesem schönen Tweet von Peter Breuer drin. Während meine Vorliebe für unregelmäßige Verben gohr, Bug ich einen Apfelkuchen, aß ihn und schallt mich einen Spinner, weil ich so viel leere Stroh drosch. Doch der Selbstzweifel drog und bald sah nicht weitere Sätze aus. Ein anschauliches Beispiel dafür, dass gewisse starke Verben im Präteritum kaum noch verwendet werden und sich altertümlich anhören. Man sagt auch, dass starke Verben nicht mehr produktiv sind, das heißt es werden keine neuen Verben mehr stark gebildet. Das schwache Muster ist hingegen das produktive. Wenn wir also ein Wort aus einer anderen Sprache entlehnen, zum Beispiel outen, wird es automatisch schwach gebildet, auch wenn das der Gesellschaft zur Stärkung der Verben natürlich nicht gefällt. Sie schlagen auch bei entlehnten Verben ihre Varianten vor. Übrigens sind auch aus anderen Wörtern abgeleitete Verben immer schwach, demzufolge Verben auf ellen, ehren, iggen und ihren. Auch dann, wenn das Verb eine Konversion aus einem Substantiv ist, wird es schwach gebildet, zum Beispiel fischen, das von Fisch kommt. In diesem Fall klingt der Vorschlag Fischen-Fasch-Gefoschen besonders widersinnig, weil wir mit diesen Formen die Verbindung zu Fisch nicht mehr unmittelbar sehen können. Genauso könnte man auch bei unserer Eingangsfrage argumentieren, denn Erben kommt vom Substantiv Erbe. Aber wie schlimm steht es wirklich um die starken Verben? Werden sie bald aussterben? Könnte man auf den ersten Blick vielleicht meinen? Die Zahl der starken Verben wird in der Literatur unterschiedlich angegeben. Tierer Vogel sprechen zum Beispiel von noch etwa 170 starken Verben im Deutschen, zumindest wenn man die Ableitungen wie Ansehen und Zusehen nicht einzeln zählt, sondern unter Sehen subsummiert. Thorsten Rölke schreibt, dass sich der Bestand vom Althochdeutschen mit über 300 starken Verben auf unter 150 in der Gegenwart verringert hat. Gleichzeitig stieg die Zahl der schwachen Verben stark an, auf mittlerweile über 10.000. Tja, das sieht nicht gut aus für die starken Verben. Aber anhand dieser Liste, in der ich knapp 100 starke Verben versammelt habe, sieht man, viele starke Verben wie kommen, geben, fahren, sehen, sprechen, schreiben und so weiter sind sehr stark frequentiert. Sie zählen also zu den am häufigsten verwendeten Verben und werden sich nicht so schnell verändern. Das ist der Unterschied zu Melken oder Gären, die ja ziemlich selten vorkommen und daher anfälliger sind. Liebhaber der starken Verben können also beruhigt aufatmen. Die starken Verben wurden zwar dezimiert, sind aber erst einmal nicht vom Aussterben bedroht. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man natürlich sowieso nicht sagen, dass die eine oder die andere Bildungsweise besser oder schöner ist. Für Deutschlernende stellt es natürlich einen hohen Aufwand dar, sich die starken Stammformen zu merken, denn wie man in der Tabelle sieht, gibt es viele verschiedene Ablautalternanzen. Zum Schluss noch der Hinweis, dass natürlich nicht nur die Gesellschaft zur Stärkung der Verben mit der Einteilung von starken und schwachen Verben spielt. In den 90er Jahren gab es das Trashlied Super Richie kommt zu dir gefliegt. Vermutlich gibt es in der Popkultur noch einige weitere Beispiele, auf die sie mich gerne hinweisen können. Aber mit diesem unangenehmen Ohrwurm beende ich dieses Video und hoffe, dass Sie es gerne angeschauen haben.